Ich hab das irgendwie so total verdrängt, also dieses Casting. Ich hab das so, also ich hab das so weggeschoben. Das ist doch scheißegal. Das sieht halt jetzt aus. Ja, hier, Augen, Augen, guck näher, guck näher. Und ich bin immer näher an diese Kamera gekommen und fand so, okay, okay, du hackst und hab irgendwas gesagt. Okay, ich nehm das jetzt hier rein in diese Kamera. Ähm, Text. Nicht den Text vergessen jetzt, weil hier was stattfindet. Seine Hände, die gingen dann wirklich zu meinem Brüsten und immer weiter und bis, ja, ganz nach unten und zwischen meine Beine und an meinem Po. Und ich war einfach nur so da und, ja, hab einfach gehofft, dass mir da jemand hilft. Ihr habt jetzt alle unabhängig voneinander erzählt, dass ihr wütend seid. Könnt ihr sagen, worauf? Macht das? Hat das? Untertitelung des ZDF, 2020